Hallo und Grüezi. Vor ein paar Tagen hat die ungarische Polizei Aufnahmen von 70 bis 80 Personen veröffentlicht, welche beim Versuch, in ungarisches Staatsgebiet einzudringen, von einer Grenzschützerin mit Warnschüssen daran gehindert wurden. Drei Tage später, am 31. Januar 2020, äusserte sich Premier Viktor Orban bei einem Interview in der Sendung Guten Morgen Ungarn von Radio Kossuth mit erstaunlich klaren Worten, speziell ausführlich zu diesem Thema. Bevor wir uns der Rede zuwenden, stellt Tell the Truth Swiss seinen Sponsor vor. Wie wir alle wissen, ist die Sicherheit und Wahrung unserer Anonymität im Internet das Gebot der Stunde. Seit Beginn des Tell the Truth Swiss Kanals im November 2017 vertraut Tell the Truth Swiss auf den Schutz und die Expertise von ExpressVPN. ExpressVPN macht mit seinem eigenen weltweiten Server-Netzwerk das Internet wieder so, wie es sein sollte. Eine unerschöpfliche und anonyme Quelle von Informationen. Eine VPN-Verbindung bietet Schutz plus zahlreiche weitere Anwendungsmöglichkeiten. Kostenlose Probeabos sind verfügbar. Mehr erfahrt ihr über den ExpressVPN-Link im Videobeschreib. Nun zu den wichtigsten Auszügen besagter Rede von Viktor Orban. Frage von Radio Kossuth. Es gibt ja Aufnahmen davon, wie 70 bis 80 Migranten den Zaun niedergedrückt haben und dort beim Tor von Rötzke nach Ungarn hereingekommen sind. Wie schätzen Sie die Lage ein? Was für Lösungen sind notwendig? Die erste Sache, die man sagen sollte, ist, dass wir so etwas schon gesehen haben. Auch das ist nicht der erste Fall, denn bei Rötzke gab es ja physisch gesehen mehr oder weniger an der gleichen Stelle schon einen Durchbruchsversuch. Man hatte versucht, auf das Territorium Ungarns einzubrechen, die technischen Grenzsperren zu durchbrechen. Hier gibt es ein System. Es ist jetzt nicht meine Aufgabe, dieses System aufzudecken. Wenn aber etwas geschieht, dann schaltet sich alles ein. Also Sirenen, Scheinwerfer, alles geht los im Laufe eines Augenblicks. Es ist also nicht so einfach, auf das Landesgebiet Ungarns einzubrechen. Denn wir haben hier eine sehr ernsthafte technische Grenzsperre ausgebaut. Die Lehre aus diesem Fall ist für mich, dass die beste physische, die beste technische Grenzsperre nichts wert ist, wenn es keine mutigen Menschen gibt. In Ungarn wissen wir ja, dass im Allgemeinen die Frauen die mutigsten sind. Und auch hier war es so. Denn ihnen gegenüber stand eine Frau, die ansonsten dort ihren Dienst versah, die nicht weglief, sondern, nehme ich an, ihnen zurief. Und nachdem dies nicht geholfen hat, nahm sie ihre Waffe hervor und gab Schüsse ab. Warnschüsse, durch die der Grossteil derer, die den Durchbruch versucht hatten, dazu veranlasst wurden, zurückzufliehen. Einige sind in Ungarn geblieben und haben versucht, weiter voranzukommen. Sie hat die Polizei im Laufe von einigen Stunden gefunden bzw. verhaftet. Es ist Herrn Minister Trotschani zu verdanken, den die Europäische Union gerade dafür bestraft hat, wofür wir ihn lieben und loben. Ihm ist es zu verdanken, dass es nicht nur eine technische Grenzsperre, sondern auch eine juristische Grenzsperre gibt, also jene Rechtsvorschriften vorhanden sind, diese hatte er noch als Justizminister eingebracht, mit deren Hilfe wir, jene, die jetzt rechtswidrig auf das Territorium Ungarns eingedrungen sind, bereits auch schon vor Gericht gestellt haben. Es gibt auch schon Urteile. Sie haben eine Gefängnisstrafe von ungefähr einem Jahr erhalten und wir werden sie auch aus dem Landesgebiet Ungarns abschieben. Frage von Radio Kossut. Jetzt muss man sicherlich den Grenzschutz erneut verstärken. Vielleicht die humanen Kräfte. Das kostet sehr viel Geld. Werden sie es erneut zur Sprache bringen, wie sie das ja schon mehrfach gegenüber der Europäischen Kommission getan haben, dass die Europäische Union eventuell zu einem Grenzschutz beitragen könnte bzw. zu dessen Kosten, zu denen sie bisher keinen Beitrag geleistet hat. Etwa 100'000 Menschen halten sich auf dem Gebiet zwischen der Türkei und der ungarischen Südgrenze auf. Das ist eine gewaltige Zahl. Der Druck nimmt auch innerhalb des Grenzstreifens zu. Die Verteidigung wird immer schwieriger. Deshalb haben wir die Zahl der Soldaten, die ihren Dienst an der Grenze leisten, verdoppelt. Allein im Januar haben sich mehr als 3'000, 3'400 bis 3'500 Versuche, die Grenze zu durchbrechen bzw. in Ungarn einzudringen, ereignet. Und die Zahl nimmt zu. Also hat sich die Migration auf der Liste der Dinge, die gemacht werden müssen, erneut einen weiter vorne liegenden Platz erkämpft, als in dem etwas ruhigeren Zeitraum der vergangenen ein, zwei Jahre. Was das Geld angeht, so ist das natürlich ein Anspruch, den wir am Leben erhalten. Bisher mit einem gemässigten Erfolg. Ich würde es nicht einmal ein Taschengeld nennen, was uns die EU bisher zur Unterstützung des Grenzschutzes gegeben hat. Wir erhalten den Anspruch aufrecht, denn wir schützen nicht nur die Grenzen Ungarns, sondern auch die Aussengrenze der Europäischen Union. Die Arbeit, die wir verrichten, jenes Geld, das wir ausgeben, ist nicht nur für uns wichtig, bringt nicht nur bei uns Zinsen, sondern auch bei den Österreichern, die wir verteidigen, auch bei den Bayern, deren Burgkapitäne wir sind, auf dem ganzen Gebiet Deutschlands, das wir gegenüber der aus dem Süden kommenden illegalen europäischen Einwanderung verteidigen. Es wäre ja wirklich nur recht und billig, wenn sie auch finanziell Lasten von unseren Schultern übernehmen würden. Frage von Radio Kossut. Und eine andere Form der politischen Verantwortung der Europäischen Union? Die EU besitzt die politische Verantwortung dafür, dass es Mitgliedstaaten gibt, die ebenso wie Ungarn an den Aussengrenzen der EU liegen und im Gegensatz zu Ungarn ihre Grenzen nicht schützen. Sie sagen, sie wollen es nicht, sie können es nicht. Wir hören verschiedene Argumente. Und dort strömen natürlich die Migranten herein, die über Griechenland aus der Türkei, über Griechenland nach Europa gelangen wollen. Und die Griechen lassen sie durch. Sie kommen dann in Mazedonien, sie kommen dann in Serbien und sie kommen dann an der ungarischen Grenze an. Hier kann man natürlich die Frage der politischen Verantwortung aufwerfen. Doch kämpfe ich jetzt am ersten dafür, dass der sich gerade im Stadium der Herausbildung befindliche Haushalt der Europäischen Union das Geld nicht für den gemeinsamen europäischen Grenzschutz ausgeben soll, sondern es lieber jenen Mitgliedstaaten geben soll, die im Übrigen ihre Grenzen erfolgreich verteidigen. Wir haben es ausgerechnet. Wir können vor Ort aus einem Viertel des Geldes die Grenze schützen, als wenn man ansonsten die Grenzschutzeinheiten von Brüssel aus organisieren würde. Es ist also für alle besser, wenn man den Grenzschutz uns überträgt und uns das dazu notwendige Geld gibt, als wenn man zentrale Einheiten abstellt, hinsichtlich deren Effektivität wir, trotz ihren besten Absichten, eher skeptisch sind. Frage von Radio Kossut. Sicherheitspolitische Experten, die sich die Aufnahmen ebenfalls angesehen haben, haben an dieser Stelle darüber gesprochen, es scheint eine organisierte Aktion gewesen zu sein. Und an dieser Stelle stellt sich erneut die Frage der Rolle der Menschenschlepper bzw. der verschiedenen Nichtregierungsorganisationen. Kann man in dieser Angelegenheit etwas machen? Ich möchte nicht, dass Sie meinen, ich wäre auf George Soros fixiert. Denn man soll sich ja eine gewisse geistige Elastizität bewahren. Man soll nicht immer den gleichen einzigen Grund hinter den Ereignissen suchen. Jedoch kann nur der, der blind ist, es nicht sehen, wie hier die Leute des Soros-Netzwerks auf dem gesamten Balkan die Migration organisieren. Das ist also bestätigt. Wenn man also in das Internet geht und sich dort die Homepages der durch Soros finanzierten Organisationen ansieht, dann ist das im Grunde genommen eine Migrationsberatung. Ich habe schon immer gesagt, dieser Mensch will politischen Einfluss erlangen. Er ist der grösste Oligarch in der Welt. Er besitzt unermesslich viel Geld. Von seinem Geld will er Einfluss kaufen und ist in der Lage, Aktionen im Weltmassstab durchzuführen und aus diesem Grund finanziert und kauft er mit mafiatig verdeckten Netzwerkmethoden, sich als Nichtregierungsorganisationen bezeichnend, zivile Organisationen, Gruppen, Aktivisten und Politiker. Hieraus ergibt sich die Situation, dass während es in Europa offensichtlich ist, das Interesse Europas wäre das Aufhalten der Migration, sprechen auf dem Balkan selbst, in Ungarn die Leute der Soros-Soros-Organisationen und in Brüssel die durch ihn finanzierten Politiker alle darüber, welch gute Sache die Migration sei und wir sollten die Migranten nach Europa hereinlassen. Deshalb ist es das Leitprinzip der Brüsseler Politik. Hinter den meisten Diskussionen steckt der Meinungsunterschied, dass die durch Soros finanzierten Lohnpolitiker auf der Seite der Migration sind und wir sind gegen sie. Sie wollen, dass wir den Grenzzaun abbauen, die physischen Grenzsperren entfernen sollen. Diese braven Menschen, die jetzt durchgebrochen sind, sollen ruhig nach Ungarn kommen dürfen und wir arbeiten daran, sie aufzuhalten. Wenn sich jemand die Aufnahmen ansieht, dann wird er bestätigt sehen können, was ich immer schon gesagt habe. Frauen und Kinder wird man dort nicht sehen können. Das sind Menschen im wehrfähigen Alter, in guter physischer Verfassung, entsprechend vorbereitet und in entsprechend gute physische Verfassung gebracht, die über eine Ausrüstung verfügen. Nicht der Wind hat sie hierher geweht. Wir müssen also bei Sinnen sein. Der Grenzschutz und das Auftreten gegen die Migration ist auch heute die wichtigste europäische und ungarische Angelegenheit. Einmal mehr klare Worte von Ungarns Premier Viktor Orban. Bitte teilen, kommentieren, Daumen hoch und Tell the Truth Swiss abonnieren mit Glocke drücken, damit ihr keine Videos verpasst. Den Tell the Truth Swiss Kanal könnt ihr auch mittels Paypal oder Subscribestar unterstützen. Vielen Dank und bleibt gesund! Untertitelung des ZDF für funk, 2017